Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Pfarrer St. St. Dein Mut, die steht, leute uns hören, bis wir Gott sind. Stern über den Egeling, für uns und Kind. Die heiligen Könige freuen dem Stern, die frohe Botschaft bringen wir gern. Friede der Menschen auf Erden, die zum Wunsch zur Wirklichkeit werden. In der dritten Welt müssen Menschen in Armut leben, für diese bitten wir euch, was zu geben. Herzlichen Dank für eure Spende, für viele ist das von Gutem die Wende. Der Herr sind in euer Haus und alle übergehen rein und aus. Gesundheit und Freude in eurem Jahr, büßt euch in der Ostfalen-Sterne-Sinnerschaft. Wir laden Sie ein, Freirauch, Kreide, Türaufkleber, Sehensgebet und Erlagsschein in der Pfarrkirche abzuholen und selbst um den Segen Gottes für ihr Zuhause zu bitten. Die Sternsinger-Spende kann direkt in der Kirche im Opferstock oder mittels Überweisung erfolgen. Danke. Musik Ich seh die Zeit.